Willkommen in der Welt von Twin Complex. Mein Name ist Ufa und ich bin hier, um Ihnen eine Vorstellung zu geben von den Dingen, die Sie erwarten. Warum erwarten Sie überhaupt etwas? Machen Sie sich frei. Die Dinge, die Sie erwarten, werden nicht geschehen. Nennen Sie mir zuerst einmal einen Grund, warum Sie überhaupt hier sind. Es erscheint gleich eine Eingabemaske. Sagen Sie mir, warum Sie hier sind und drücken Sie Enter. Willkommen in der Welt von Twin Complex. Mein Name ist Ufa und ich bin hier, um Ihnen eine Vorstellung zu geben von den Dingen, die Sie erwarten. Warum erwarten Sie überhaupt etwas? Machen Sie sich frei. Keines von den Dingen, die Sie erwarten, wird geschehen. Nennen Sie mir zuerst einmal einen Grund, warum Sie hier sind. Es erscheint gleich eine Eingabemaske. Sagen Sie mir, warum Sie mich besuchen und drücken Sie Enter. Ich gehe zuerst einmal. Sohle ich feste both. Seh, ich gehe in die 양en. Untertitelung des ZDF, 2020